Schreckbar. Ja, man hat mir gesagt, ich soll eigentlich Ruffy behalten. Alles geht los mit der Kloppe, mit unserem Lieblingsgummimännchen. Lieblingsgummimännchen? Stimmt, es gibt ja immer noch Berry-Wachstum. Man kann ja immer noch Viecher einfach aufleveln. Mit Money. Ich würde auch gerne mit Sanji spielen oder mit Zorro. Aber was Schlimmes, ich glaube, war das nicht irgendwie so, dass man für viele In-Game-Sachen in der Story irgendwie Ruffy braucht? Ja, gut. Musst sowieso erstmal wieder reinkommen. Jetzt könnte man natürlich auch Luffy sagen, aber... Ja, so fahren wir nicht. Das steht Ruffy. Das ist ein R. Fuck this. Echt, man kann... Ich könnte auch andere Leute spielen. Wo sind wir eigentlich? Locktown? Ah, wir finden gerade Chopper. Und Warpol, die Warpkant. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Beißt es sich da gerade in Sanji fest? Hey, Vivi. Hey, Vivi. Okay, er beißt sich in Nami fest. Das ist, glaube ich, noch sogar besser. Chopper. Chopper. Wer hat sich gedacht, mit dem Wetter bei dem Shirt rauszugehen? Dumme Idee. Spoiler, sie macht's noch sehr lange. Ich bin vorsichtig. Ich kann das. Ich kann das, Beste haben. Ich werde das, meine Frau coherent und diese Frau. Ich werde sicher Eine multiplied. Es ist unbeziftbar. Ich denke, dass ich mich auf den Kuchen. Wo ist das? Ich bin ein sew, was ich nachdem. Ich bin ein Dank. Ich bin ein Tor. Ich finde es aber schön, dass wir die Original-Sprecher drin haben. Schon irgendwo stylisch. Stimmt! Chopper hieß ja Tony. Das habe ich ganz vergessen. Hildurk. Kale war Chopper und er hat sich um ein Kind. Er wurde verletzten, als die Menschen, die ihnen lebte. Für mich, der Kier-Luk war ein bisschen zu tun. Er hat sich um Einführung von den Menschen auf's, aber hat sich nicht verletzten, dass der Teich der Wapol-Wapol-Wapol-Wapol-Wapol-Wapol war. Chopper war mit Dr. Kureha, und er hatte die Hoffnung, aber er hatte das Gefühl, dass er noch nicht geholfen war. Wait, lass! Wait, wait, hast du gerade gesprochen? Hm? Soll ich ja, hast du auf zwei Hände stehen. ich habe ganz vergessen dass bei wo wir das drei von geilen style ach du scheiße verkloppt wapo ja damit komme ich klar muss jetzt erstmal wieder in die steuerung reinkommen stimmt ja dieses münzens system war hier ja anders man kriegt ja und dann muss man die quasi wie als erfahrung benutzen das habe ich ja ganz vergessen nein jetzt muss ich erstmal gucken ich weiß gar nicht mehr wie das spiel wirklich ging war glaube ich und ich glaube kreis war dann genau x war dash genau das war das stimmt man fängt ja mit null leiste an wirklich war man die kombos müssen wir erstmal wieder gewöhnen genau so war das ok also langsam finde ich da wieder rein ok ledet da ist auch installiert ist es schön so habe ich sogar gehofft dass es eigentlich schon die letzten fünf male war aber gut man lernt ja offenbar nie aus ok dann nehmen wir das nächste mal einen anderen charakter jesus christ möchte ich mal definitiv ein paar andere ausprobieren entweder sanji oder zoro ok bis wir frankie kriegen das dauert noch so da ist noch so ein dude der kriegt direkt die volle dröhnung ok und du mein jüd genau genau jetzt sind die da unten die spinner Ja, da komm ich hin. Muss nur... Gag! Gab's irgendwo eine Combo-List nochmal? Moment. Äh... Fähigkeiten. Nee. Äh... Ah, genau. Aha. Ups. Einmal zu viel Kreis gedrückt. Lapin ist aufgetaucht. Oh, nee. Bitte nicht die fucking Hasen. Miau. Das ist ein durchgeknallter Kampfhasen. What? Yikes. Du aggressives Mistvieh. Shit. Der Moment, wenn dir einfach so ein Mützel bis zum, äh, Spezialangriff fehlt. Gehle. Der Moment. Das ist eine Mützel. Du hast sie selbst gemacht. Ich werde immer wiederholen. Ich werde immer so ein Mützel. Ja, 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 ja! Mission accomplished. Sanji läuft einfach so gechillt längs. Putz! Hatte ich denn hier auch so ein Level-2-Move, wo ich einfach die Taste gedrückt halte oder kam das erst später? Ah, stimmt ja. So war das. Ne, ich hab kein Level-2. Okay. Das ist mein Gebiet hier. Fuck off. Das sind ne Menge Leute. Alter, der Mannis. Look at all their monies. Alter! Das ist jetzt meine Tonne. Fuck off. So viel fucking Geld einfach. Oh, okay. Da oben kann ich hin. Aber warte mal, was war denn diese Frage zu... Achso, der Lapin, ja. Stimmt, jetzt kämpfen die Hasen auf beider Seite. Fucking Rabbids. Und die rollen hier einfach durch die Gegend. Komm her. Suck. This is what you get. Das Schatzereignisse. Ja, da war doch was mit. Wie gesagt, das ist das Problem, wenn man gewisse Spiele einfach lange nicht mehr... Ne? Wenn ne lange da... Ihr könnt euch gern zusammenknödeln. Das macht's nur für mich leicht, euch zu treffen. Ach, da. Bis jetzt. Sie hängen da kurz vor meiner Basis um. Sekunde, bin gleich wieder da. Da hängt so ein Schmuggo vor meiner Haustür. Das finde ich nicht gut. Ja, da hängen so ein paar Schmuggos vor meiner Haustür. So. Noch mehr, Leute. Brain. Wupp. Ey, Warpol war aber auch ein Loser in der Serie. Also, seien wir mal ehrlich. Der Dude, ne? Dieser Dude, der hat's euch nicht lang gerissen. Aber gut, das war auch fucking... Ne, das war Warpol. Und Warpol war ne Warp-Cunt. Hä? Da. So, den sind wir auch los. Jetzt sind wir ruhig, ey. Ich will dieses Gebiet oben einnehmen. Jetzt ist Ruhe. Noch mehr Streit. Na gut. Come and get some, Dude. Stimmt, man konnte hier durchwechseln so mit den Leuten. Au. Aber doch, ich lass uns mal Zorro dabei. Das war ne Basis? Ich dachte, dass da vorne ist ne Basis. Ihr wisst schon, dass ich jetzt ausrasten werde. Wo es Mad Cash wieder für gibt. Und dann müssen wir schleunen, ich's wieder zurück. SANTOULIO 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 Töme nochmal Chopper. Klein Chop. Den Tony. Ja, ich vergesse, dass er Tony hieß. Geht doch. Wow. Was sind denn die jetzt alle? Hier oben ist einer, den kann ich ja mal schnell abfangen. Der da vorne, der Dude. Der kriegt jetzt hart auf den Sack. Der kriegt jetzt hart auf die Mütze. Das war der. Jetzt kümmern wir uns um den da unten. In Schwierigkeiten. Ja, ich bin ja unterwegs, mein hasiger Freund. Wait, where? Die werden immer noch von den Leuten, von den Kanonen angeschossen, aber da kann ich ja nichts tun. Kann ich die Kanonen aufhalten? Okay, technisch gesehen kann ich schon. Oh, ich weiß noch, wo ein Shopper wirklich zu Anfang noch verhältnismäßig useless war eigentlich. Wo er kaum was machen konnte. Aber irgendwie mit der Zeit immer besser und cooler wurde. Ah ne, hier habe ich ja alles. Stimmt ja. Weiter. 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 Stimmt, zuerst hat er nur solche Fadenkreuzer durch die Gegend geschmissen. Mehr solche dicken Dudes. Level 3. Level 3. Cool, es trifft einfach nicht. Die sind einfach zu tief. Die Leute sind einfach zu tief. Ruffy ist zu groß. Vorzehnt. Badusch. Ist das irgendwo eine Basis, wo ich mal rankomme, wo ich tatsächlich einnehmen kann? Ne, es erscheinen immer mehr. Für jeden, den ich zerstöre, kommen irgendwie gefühlt fünf neue. Gab es hier auch einen Grab irgendwie, dass ich die Leute einfach greifen konnte? Sinnlos angrabschen? Bumbo-Breaker. Mein, da oben die Basis habe ich da unten. Komme ich? Komme ich lang? I can't tell. Hallo. Ist mein Ort, Spacken. Verschwindet hier. Ich stoppe das Sperrfeuer. Ja, ja, ich würde ja zu gerne. Was schmiert denn? Hallo. Du kannst da nicht einfach reinlatschen. Bist du nicht zu? Badusch? Muss doch da irgendwie reinkommen. Irgendwo, ne? Noch mehr meine, noch mehr Döds. Uh, Max. Kann aber trotzdem wechseln. Was ist das jetzt mal? Ne, die Tür ist immer noch zu. What the fuck? Das muss doch hier irgendwie mal... Irgendwie muss man doch nochmal durchkommen. Ja, irgendwie, irgendwo müsste mal einer kommen. Dann prühe ich gleich die Tür ein. So mal ganz einfach, ne? Das ist eine olle Holztür. Ne, da komme ich nicht durch. Ich versuche gerade mal durch die Karte irgendwie schlau zu werden, aber... Doch, da oben. Warte mal. Da oben ist noch ein Gebiet. Das sehe ich jetzt erst. Wo ich durchkomme. Da, wenn ich hier nämlich durchmarschiere. Oh, die Karte ist aber auch ein bisschen... Ne, warte. Ne, hier ist zu. Hier komme ich gar nicht durch. Das sieht man auf der Karte überhaupt nicht. Stattdessen kommen immer mehr von diesen Stinkern. Einfach alle wegprügeln. Ja, eben. Wird schon funktionieren. Sanji hilft dabei. Von daher. Sanji ist im Rhythmus. Und da ist schon wieder so ein Dude, der bei mir an die Haustür klingelt. Ich glaube, es geht los hier. Das ist eine nice Kombo eigentlich. So, wie viele wollen, muss ich denn jetzt noch wegdreschen? Bevor mal irgendwo eine Tür aufgeht. Und zwar, ich guck mal. Kann ich da durch? Ist das da unten? Ja, da kommt... Diese kleinen Ecken, weißt du? Wo du nicht siehst, dass du da durch kannst. Meine Hülle. Weißt du, ich guck mal, die ganze Zeit durch die Gegend. Mann ist der Schuschmann. Mann ist der Schuschmann. Danke, Raya Gubba. Vielen Dank für die Bits. Wollen wir doch das Gewicht hier mal einnehmen, nicht? Ja, da kann ich jetzt nicht helfen. Ja, wobei doch. Das ist nah von hier. Halt durch, Lapin. Halt durch. So, Problem gelöst. Ich schmeiße einfach mit Eis. Ich mache jetzt schon mal Kochtöpfen. Lüster müssen wir noch. Und dann, wenn wir alle hoch haben, einfach einmal total Rampage gehen. Wolle, Borschi. Gibt das... Danke. Ich habe gerade gelesen, Tutorium eingenommen. Schön, hier kann ich gleich direkt weiter. Ah ja, jetzt ist natürlich... Aber gut, wenn wir schon mal hier sind. Einmal komplett rasten. Das Ganze hier in Turbo einnehmen. Und das Geld natürlich auch nebenbei mitnehmen. Man muss schon irgendwann fragen, was hat Ruffy nicht verprügelt in seinem Leben? Ihr solltet am besten einfach in eurer Truhe bleiben. Bingo. Ab dafür. Ja, ist okay. Ich bin auf dem Weg. Ich kümmere mich schon um diese Leute. There is nothing like Overkill. Pass auf, jetzt räumen wir hier schnell auf. Jetzt machen wir Turbo auf Räumen. Den haben wir zurückgeprügelt. Dem Hasen helfen wir. Der kriegt die volle Dröhnung. Oh, stimmt mit Sanji. Stimmt mit Sanji. Ich habe es ja noch rüber. Verdoppeln wir die zwölf Stunden. Ja, nö. Das geht nicht, sorry. Das ist das Problem, wenn man nicht so ein komplettes Haus für sich alleine hat. Das ist doch nicht immer. So, jetzt müssen wir uns mal gucken hier. Oh, jetzt ist Randale. Alter, jetzt kommt drei Leute anmarschiert. Drei Leute kommen beim Finisher an. Warte, da unten ist auch noch einer. Und der kriegt die volle Breitseite. Oh, jetzt ist Schluss. Overkill. So, wenn schon, denn schon. Moment, hat der überlebt. Der kam neu. Okay. So, eigentlich können wir... Jesus. Eigentlich können wir zu Warp holen, denke ich mal. Machen wir auch. Ich denke mal, da oben kommen die klar. Was ist da so eine einsame Tüche? Probably Shortcut. Der Topf muss leer. Der Topf muss leer. Findest du das? Haki vs. Hamon. Naja, ich bin sowieso mehr ein Freund von Stance einfach, weil Stance einfach viel mehr Möglichkeiten für tatsächlich unike Fähigkeiten geben. Hamon ist basically, äh, atme geil und dann hast du super Kräfte. Oh, Warp holt's Gesicht demoliert. Der meinte, hat er aufgehört zu Sperrfeuern? Nix da, Kumpel. Eat shit. Au, au, au. Nix da, lass es sein, ja. Ja, ich bin mehr für Haki, definitiv. Weil Haki allein... Die Fähigkeiten, die du durch Haki bekommst, sind schlicht und ergreifend irgendwo cooler. Tutorium eingenommen. Mission accomplished. NANI? A retire mein Kumpel die月, oder excitat指 Seconde? In welche tanken? Okay. Forget die Kumpel. Die Kumpel ist mir der Neust 여�ن in die Weischemann. Die Kumpel quoi? Die Karate будет unICKHiruluk. Damit des Teufels riesten. Die Erwelt nicht so spartier sekund ein bisschen. Die Kumpel? Is das Kumpel 1943? Hune! H econo! Ich habe ihn mit dem Hiru-Luk. Es ist nicht so gut, dass du hier bei dir bist. Das ist ein Haus? Das Haus? Nein! Mach es nicht! Der Doktor wollte in diesem Land救en. Deswegen... ich... Oha, die Musik kickt ein. Oh mein Gott, was ist das für ein geiler Tune. Er hat wahrscheinlich schon die ganze Zeit machen können. Ich habe mir ja voll die Zeit gelassen. Die Gebiete muss ich jetzt einnehmen. Gut, rügeln wir uns von oben nach unten. Alter. Alter, ist die Musik gerade geil geworden. Alter. Stimmt, es ist Don Flamingo, glaube ich. Das ist der Final Boss, wenn ich mir nicht irre. Also du gehst bis zur Dressrosa-Saga. Schon wieder? Na komm. Hört auf euch zu wehren jetzt. Alter, ist die Musik grad geil. Ja, ich glaube, ich muss da einmal vorbeischauen. Sekunde. Das war der Falsche. Hä, wo ist denn der? In Schwierigkeiten. Ja, ich kann nicht an jedem Ort gleichzeitig sein. So. Komm, jetzt ist Ruhe hier. Triple Action. Das ist immer noch mehr. Alter. Ihr wollt aber auch eure Lektion nicht lernen, kann das? Okay. 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 Den stecken wir direkt weg. Ist auch im Rückzug. Jetzt können wir auch hier durch. Gut. 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 Lass mal ja nicht verschwenden dann. Dann muss man ja nicht verschwenden dann. 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 Sanchi, von dir habe ich besser erwartet. So, haben wir. Die Musik ist fucking kickass. Auch noch. Wo ist denn der jetzt? Stopp. Okay, drehen wir auf. Besser ist das. Jetzt muss ich es aber wissen hier. Habe ich, habe ich, habe ich. Gleich mal direkt Vorsorge treffen hier. Ach shit. Okay, dann können wir jetzt ja da durch und dann machen wir hier Schluss. Machen wir ja den Sack dicht hier. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da durch. So würde ich sagen. Noch mehr von denen. Meine Güte. Wapol erscheint ja, soll er, soll er herkommen. Der soll nur kommen. Der soll nur kommen. Der kriegt nur auf die Nase, seid ihr. Der braucht ein neues Kinn, wenn ich mit dem fertig bin. Geht doch. Kommt doch alle her. Ihr geht nur auf mein Killkauern. Warte, war hier nicht gerade. Wo ist die Pummelbacke hin? Kommt, ich will nur noch dieses Gebiet hier schnell und dann kann von mir aus, könnt ihr machen, weil ihr wollt. There we go. Jetzt komme ich hier nur nirgendwo schnell durch, oder? Natürlich ist er da. Moment, das geht hier unten schneller. 57 Leute gerade. Jesus. Damn disrespect. Was machst du? Dr. Doktor! Hey! Jamaguchi! Mugiworo! Du wirst nicht wissen, dass du dieses Volk nicht wissen. Ha 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 ha! Was ist das Wichtigste? Du wirst doch mal! Das ist ein Volk! Das ist ein Volk! Geh! Geh! Was ist das? Was ist das? Das ist ein Volk! Das ist ein Volk! Das ist ein Volk! Cool, guys! Look at the explosions! Geh! 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 Sieh! Ich bin... Ich weiß nicht, wer der Krieg ist. Das ist ein Volk für die Leben. Ich bin nicht so schief! Und dann rockt die Musik wieder rein! I love it! Oh, pass auf, Fettbacke! Hier komme ich hin! Oh, ihr kommt schon alle so vor mir, das ist ja wunderschön! Das ist was du get, Fettbacke! 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 Suntoryu! Das ist alles Fettbacke! Das ist alles Fettbacke! Das ist alles Fettbacke! Das ist was du get! Au, 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 au! Ja, komm ich hab's gleich! Okay! Okay Fuck off kid Son do you I 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 Aber irgendwer hat mir mal gesagt gehabt, dass wenn man nicht immer Ruffy spielt, dass das irgendwie nicht so gut ist. Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade mehr Spaß mit Zorro. Vor allem ist es schön, mal wehneinander spielen zu können. Es ist Zickai! Wenn zwei sich streiten, freut sich ja bekanntlich der dritte. Wow! Ja gut, Tashigi, da ist klar, da hätte Sanji absolut keine Chance. Aber einfach, dass das berücksichtigt wird, ey. Das ist so fucking cool. Ja, komm jetzt her. Zappel nicht so rum. Du, kleine Nervensäge. Meine Güte. Oh. Jetzt ist sie wütend. Jetzt ist sie stinkig. Ich werde das. Ich werde das. Ich werde das. Ich werde das. Das ist das. Das ist where you die, Tashigi. Shigi, Shigi. Alter, nice Ich will, dass das mein Gebiet hier ist, klar Das ist meins Echt, Ace ist da, wo? Mein klar, er war ja auch in Alabaster Da hat Ruffy ihn ja zum ersten Mal seit langem getroffen Zieht euch doch noch zurück, ich will euch abklatschen Dass Sanji Zoro zur Hilfe kommt Das würde der Dude nie tun Slash Boah, das ist so cool Ey, ich muss sagen, ihr habt das Spiel ja schon irgendwo richtig vermisst Aber müsste Sanji nicht eigentlich auch einen Buff kriegen Weil Nami hier rumläuft Nur mal so Ihr wisst doch, ne Alter, mit Sanji Das ist ein Bild für die Götter Das siehst du nicht alle Tage Alter Zoro ist einfach nur ein fucking tödlicher Mixer Sparen wir mal Oh, Smoker Okay, gut Mit Smoker möchte ich mich nicht anlegen Smoker is a force to be reckoned with Mit dem legst du dich nicht einfach so an Aber fucking Zoro ist einfach nur ein Todesblender Zoro macht doch bekanntlich immer Videos Will it blend So, sorry, jetzt bin ich gerade hier beschäftigt Jetzt, äh, ne Das kann ich da nicht hier, ne Auch wenn ihr da oben aufmacht Das ist schön und gut Aber der Mixer ist hier gerade beschäftigt Okay, das ist der Danke, geht doch Okay Kriege ich hin Ich komme nämlich um zuerst um das da oben Die Musik ist auch total geil Warum habe ich nochmal aufgehört, das zu spielen? Jetzt ohne Scheiß Der Mixer Warum das man einfach da raus dashen kann, ne Warte Ich wollte gerade sagen, der Mixer kommt wieder Ice Cream never dies Also muss man sogar wahrscheinlich für, ja Weil Normalerweise würde Würden die ja nicht aufeinander treffen sonst Wenn du nicht Zoro spielst, oder? Alter, kommt es mir nur so vor, da ist Mr. One mehr baff als sonst Ich kann kein Metall schneiden Gib, gib dir ein paar hundert Folgen Und zwei Jahre Und plötzlich kannst du Ein feindliches Haki schneiden Wrong Neighborhood, dude Willkommen in der falschen Nachbarschaft Willkommen in der falschen Nachbarschaft Der Kampf war generell total cool eigentlich. Der Kampf war generell total cool. Der Kampf hat pure Zeitverschwendung. Was macht denn der Dressrosaschlager? Schneidet fucking gegnerisches Haki. Etwas, was stärker sein soll als Eisen und Diamant, so wie ich das jetzt verstanden habe. Alter, so stylish. All of that cash. Wow. Das war fucking cool. Ja, man kann auch Nokia schneiden. Gute Frage. Ach, Miss All Sunday. Echt? Kann man sie nicht bei ihrem richtigen Namen nennen? Miss Bloody Sunday. Ist das zu krass? Ich weiß, ich fann jetzt hier so ein bisschen rum, aber... War doch ihr Name, oder? Miss Bloody Sunday. Und da kommt der Mixer. Das ist ein Mixer, das fucking broke. Shit, ich hätte mal erst zu Sanjay gehen sollen. Ach, shit, weil Sanjay geflohen ist, ist der jetzt nicht mehr bei mir. Ah, fuck. Da bin ich nicht aufgepasst. Vor allem, du kommst doch noch voran. Alter, ich nur wie hab das Schilde? Aus dem Weg. Alter. Na gut, immerhin Ruffy habe ich noch dabei. Kronos. Danke dir für Swallow. Oh, Gott. Bon, Bon. Bon, Chan. Don't do that. Okay, jetzt muss ich. Scheiße, ich glaube, ich treffe Curry nicht. Stimmt, zwei Schwerter hat Mihawk ihm zerstört. Und eins hat so ein Typ von der Marine ihm verrostet. Stimmt, das war irgendwie so ein Typ, der hat irgendwie eine Rostfrucht gegessen und hat einfach sein Schwert zu lange angeguckt. Und suddenly, sein Schwert war nur noch Rost. Und er ist eine Zeit lang nur noch mit zwei rumgerannt. So lange, bis er denn halt, äh, dieses verfluchte Schwert bekommen hat. Mensch, der Dude hat's aber auch mit verfluchten Schwertern, ne? Da ist er jetzt. Crocodile ist auch so ein Mongo, ne? Ich fand's schade, dass Vivi dann irgendwie nicht mehr vorkam, so später. Na klar, sie kam jetzt eben in den relativ neuesten Folgen nochmal vor, aber auch nicht lange. Leider. Alter, ist sein Haken hier in der Version größer, oder kommen wir jetzt nur so vor? Sie sieht noch so unglaublich genervt gerade aus. Das ist ja nix einfach. Ja, er zerstört einfach nur. Okay, ich seh schon. Wir haben zu tun. Oh, fuck, das hat funktioniert. Oh, Sekai! Okay, ist in der Arbeit. Kriegen wir hin. Das geht in die völlig falsche Richtung. Aber es zieht zum Glück vorher Gegner an. Kriegen wir hin. es war der jetzt einer noch ok der hat vorher schon das zeitliche gesegnet die Musik ist so fucking awesome der finisher davon hier könnte ihre werbung stehen vielen dank für deine spende aus ich war mitten in der menge du kannst du die krokodile damit kann ich stehen den typ mag ich sowieso nicht auch wenn er technisch gesehene marine fortgekämpft hat sorry can't do oh god das outfit mit meiner über großen klaue mit meiner über großen klaue der krokodile kriegte echt gleich problem seines lebens die duden mit bomben sehr schön na krokodile das hat er immer schon gemacht he was a cunt any day alter ist das eine große klaue willst du damit was kompensieren krokodile 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 eigentlich dürfte ich gar keine chance gegen ihn haben weil er ein fucking logier typ ist aber ne belassen wir es dabei krokodile w Goodbye, fuckface. Destroyed. Er hat ihn einfach so derbe in die Nüsse gekickt. Das Schwerd ist doch Fluch, das muss doch was können. Steht in den AGBs. Badouche. Okay, I die now. Badouche. Deswegen mag ich Bonbon. Bonbon ist eine coole Tocke. Davon können sich einige Leute heutzutage mal eine Scheibe von abschneiden. Okamaure! So. Sorge! Wir haben das Schlafen. Danke. Ich habe ein wenig Spaß gemacht. Das war, als im Index über die in dem Wurzeln. Also unter dernyten Blüten, in der ein Schilderätschäblich, kam auf der drücken, nach der Schilder oder der Schilderätschäblich. der Schilderätschäblich war richtig, und sagte, dass mein Schilderätschäblich ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank für's Zuschauen! Ja, das ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Das Problem ist nicht da. Das ist gut. Ich bin hier, aber... Ich bin hier... Ich werde es wiedersehen. Wir haben noch eine Begegnung. Ich werde wiedersehen. Ich werde noch nicht sagen. Ich habe keine Antwort. Ich habe mich schon gefragt. Wenn ich mich mit der Begegnung und Vivi in Begegnung bin, Vivi werden die Begegnung. NANI?! Mach später spaßeshalber einen neuen Bloodborne-Run. Nö. Weil ich habe in Bloodborne alles gemacht, was es zu machen gibt. Ass! Ach, fuck. Okay. So, ich glaube eine mache ich noch und dann gehen wir mal weiter. Okay. Hm. Okay. Einfach mal eine Silbertrophäe. Der ist 100 Millionen Berryware. Ach. Ist es nicht jetzt das kurz vor Dingens? Immerhin habe ich eins dieser Schatzergebnisse gefunden. Ja komm, eine machen wir noch. Eine noch und dann sprengen wir mal weiter. Hm. Ja, ich will aber jetzt Sanji unbedingt mal ausprobieren. Es sei denn, hier sind wieder Frauen anwesend und er hat Nachteile davon. Scheint aber nicht so der Fall. ... Ivankov? Wann habe ich die denn freigeschaltet? Moment. Achso, die kann ich hier einfach nicht benutzen, wa? Warte mal, die kann ich wahrscheinlich nur... Äh... Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Nur mal, um zu gucken. Ja, hier hab ich denn... Hier könnt ihr auch Buggy spielen. Lore, uh! Oh, Lore mochte ich. Tashigi und Smoker. Der Kettenraucher. Ach, hier ist auch Ivankov. Oh nein, fucking Ivankov. Bitte nicht. Alles aber nicht Ivankov. Der Typ ist mir zu weird. Okay. Äh, ja, haben wir alles. Echt, Bellamy kriegt eine eigene Episode? Oh, hi. Oh, hi. wie sie damals noch war miss all sunday Ich meine, ich kann nicht ganz glauben, dass Bellamy wichtig genug ist, eine eigene Episode zu bekommen. Ich weiß, dass wir die Welt im Lübben sind. Es gibt einen Lübben, den Lübben, die Lübben sind. Die Lübben haben die Lübben die Daten ausgesucht. Aber sie waren die Schwerke, die Menschen, die die Menschen in der Welt verabschieden. Äh, was ist das ein 3000 Millionen? Was ist das? Was ist das? Oh, ich hasse Bellamy. Oh, er ist so ein fucking wertloser Großkotz. Der einzige Grund, warum er später in Dressrosa nicht fucking krepiert, sobald er seinen dreckigen Kopf raushält, ist, weil fucking Ruffy Mitleid mit diesem Lutscher hat. Oh, Tietch. Oh, Tietch. Eine Zeit, wo Tietch noch keine Kant war. Lass uns gehen und möglichst viele Leute dabei verprügeln. Haben wir eben gerade schon gehabt. Äh, warte mal. Seine normalen Rush-Angriffe sind schon gut. Okay. Scheiße, ich hab, glaub ich, keine Fähigkeiten ausgewählt bei ihm. Oder? Shit. Ja, gut. Kämpfen wir halt ohne Fähigkeiten. Schaffen wir auch so. Oh, yeah. Oh, yeah. Ja, doch. Ne, ohne Scheiß. Bellamy, der einzige Grund, warum er überhaupt noch lebt, ist fucking Mitleid. Weil jeder Typ fucking Mitleid mit diesem Loser hat. Ne, ist das nicht. Kapurtski. So, was machst du denn? Dropkick. Wann wurde, wann hat der Tietch so sein... Nennen wir es mal, schimpfen wir es mal sein Coming Out. Wo er gesagt hat, ich bin in Wirklichkeit eine Kant. Muss eigentlich ja da gewesen sein, wo er die, seine Frucht hatte. Aber ich weiß gar nicht, wann das war. Was war vor dem Sabaoli Archipäe? Muss ja, weil da hatte er seine Fähigkeiten schon. Bin ich ganz ehrlich, weiß ich leider nicht, wann er die bekommen hat. Wann er sich gedacht hat, boah, lass mal möglichst ein großes Arschloch werden. Was, irgendwelche Aufladmoves? Quitting. Stimmt, jeder hat ja noch so seine eigene Fähigkeit, das habe ich ganz vergessen. Sein Spitzname war doch Schwarzfuß. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Hier sind auf jeden Fall diese Schatz-Events schon wieder. Das Problem ist, ich habe immer keine Ahnung, wie ich die triggern muss. Ey, 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 ey. Hier gebleiben. Okay. 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 I just did it. Okay. 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 Und die Rücken vor, ich glaube, es geht los. Muss ich erst wieder ausrasten? Hier ist auch offen Wenn hier offen ist Oh Woh Oh yeah Scheiße sind hier viele Problem gelöst Alle weg Sind alle geil ja weg Alter wenn ich da den Mixer durchgeschickt hätte Ja Skype ja kann man auch ein bisschen überspringen Ja doch Also ich finde auch sobald du mit Sofern du mit dem Grundwissen Von One Piece bestattet bist Sag ich mal Kannst du auch locker ab Saba Odi Aichipee gucken Wichtige Sachen werden dann sowieso Immer wiederholt und Ja Also von daher Man kann ab Saba Odi Also sag ich mal so knapp Folge 400 Anfangen Und sich dann langsam aber sicher hocharbeiten So habe ich das zumindest gemacht Bibi du kannst dich an Bellamy nicht erinnern Weil Bellamy eine fucking Lusche ist Bellamy ist einfach nur ein absoluter Loser Deswegen kann sich keiner an ihn erinnern Der kam später in der Dressrosa Saga nochmal vor Nur um wertlos zu sein Nur als Lückenfüller Mehr war der da gar nicht Der Typ war eine einzige Zeitverschwendung Okay Die Musik ist so fucking awesome Fert doch nicht so weit vor Sanjis Kombos sind fucking schnell Und diese zwei Kicks sind schon Ne Gerne, das ist nice Oh Robin Ich hoffe du kommst kurz alleine gleich Ich will nur dieses Gebiet hier haben Und ist meins Ach du Scheiße Kommen die alle in meine Richtung Ich hoffe die kommen alle in meine Richtung Kriegen nämlich alle gleichzeitig auf die Nase Hey Angel Die kommen alle in meine Richtung Guter Fehler Ihr Nami war Nami war früher ziemlich nutzlos Sie war halt eine sprechende Karte Ähm Chopper Okay Chopper war Schiffsarzt Von daher Das kann man ihm noch anrechnen Wenigstens Er hatte wenigstens eine Funktion Sanji war schon immer praktisch Oh jetzt räumen wir auf Schon ist hier ruhig Ne ich sag ja an Bellamy erinnert sich keiner Weil Es ist fucking Bellamy Ach hier wurde Teach Schon so langsam Ihr kennt auch schon Barges Okay Okay wir können also Sagen Teach war schon immer ne Kunt Mugiwara du Luffy Ach du Oh shit Oh fuck Da haben wir jetzt zu tun Er hat nur immer nichts gesagt Weil er ein Arschloch ist Das ist Teach Wait wo ist er Hä Aus dem Weg Hier Ich kann mich nicht wirklich erinnern Dass Barges und Teach hier wirklich vorkamen Auf jeden Fall hat er einen Stein Aua Kannst du auch was anderes außer Steine schmeißen und Buee machen Welcome to die Might Das ist Barges Erinnert so ein bisschen an Neb-Neb wieder Mages Und weg sind sie Ähm Lu Barges ist auch so ein Lappen ey Er ist mit Ruffy über Essen gesteckt Ja okay gut Das würde sie machen Oh bitte sag mir Ich krieg die Szene zu sehen Wo er Bellamy in den Boden rammt Nee du bist für mich nicht die Hyäne Du bist für mich ein Lappen Jetzt hat man hinter mir die Tür zugemacht Alter Ich reiß deiner gesamten Crew den Arsch auf So sick of this bullshit Und ich fang da an Oh das wird jetzt wehtun Bistress Rosa ist da noch hin Da haben wir ja noch eine Menge Zeit vor uns Na 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 Wo wollen wir denn so eilig hin Cockblocker So jetzt würde ich diesen Bereich aber haben Jetzt gerade Achso Ist gar kein Bereich mehr Na wenn das so ist Man kann mit R1 einfach die fucking Combo unterbrechen für Damage Ist richtig und dann geht es um die ganze Zeit vor uns Und dann geht es um die ganze Zeit vor uns Du hast es eingenommen? How dare you! So. Ist auch auf Max. Die Richtung hier. Ne, meine gesamte Crew rennt hier hin. Okay, gut. Die haben das Ding für mich eingenommen. Das geht natürlich auch. Weißer Tasto. So, dann will ich aber das hier unten noch haben. Und da, ich will Bellamy komplett terminieren. Das soll eine komplette Niederlage für diesen Loser sein. Der soll wissen, wie es ist, am Boden zu sein. Und schön, dass ihr immer alle aus dieser Truhe rauskommt. Ah, ja, genau. So, Bellamy. Denk mal, du möchtest mit mir reden, ne? So, du Sprengfuzzi. Time for you to die. Time for you to die, kid. Der lebt ja noch. Shit. Habt ein noch größeres Maul, bitte. Oh, ja, bitte. Genau die Szene wie im Anime. Ich will das bitte sehen. So, ich gehe drinnen. Ein Schlag für diesen Loser. Mach keinen Scheiß. Leider hat er ihn nicht umgelegt. Der Dude kommt leider wieder. Alter, in den Boden gedroschen. Ich liebe diese Szene. Wo er ihn One Punch Man Style in den Boden drückt. Und er hat er sich nicht überrascht. Der Weg ist, was der Weg? Ich werde immer den Tränen. Ich bin immer noch, Luffy. Das ist ein Vergegen, Wiel. Das ist ein Vergegen. Wenn ich diese große Bezübung verblende, dann muss ich ein Vergegen. Wir sind doch noch ein Vergegen. Der Weg ist der Weg. Und in Water 7 wundern sie sich dann, dass ihr Schiff hinüber ist. Wundern sie sich dann, dass ihr Schiff hinbekommt, wenn ihr Schiff hinbekommt, dass ihr Schiff hinbekommt, dass ihr Schiff hinbekommt. Geht's! Ich bin der船 fliegt! Lass uns das, Nabi! Was tun! Geht's! 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 Super! Der船 fliegt! Was? Nabi! Nabi-san, super! Ich hab das Spiel echt vermisst. Sass! Ich werd irgendwie immer schlechter. Wenn's darum geht, die Sachen tatsächlich vollständig zu machen. Ah! Was wäre denn jetzt? Nur mal so, nur mal überlegt, nur mal geguckt. Skypiea, ne? Empfängsel Gottes. Ja, jetzt wär's ein Skypiea. Das ist immer noch Kapitel 2, Alter. Ah, definitiv. Also, eventuell... Ah, doch. Kann man ja mal gucken, ob man das irgendwann nochmal wieder macht. Also, mir macht Spaß. Ich find das Spiel immer noch toll. Das ist... Eh, so awesome. Äh, wieso musst du noch Water 7 haben? Ja, wir haben ja den Tränen in den Augen. Danke dafür. Oh ja, aber... Seien wir ehrlich, Water 7 war verdammt gut. Hm.